Die gehen da auf Klaus, ne? Auf Klaus! Ich muss das Papier aufmachen! Stopp! 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 Jetzt? So cool! Jetzt spielen wir gleich zwei Lieder hintereinander, mehr oder weniger. Hagi will über was sagen. Nach diesem Lied kommt so ein unglaublich abgefahrener Übergang. Das sind so geil! Klaus wird sich unglaublich freuen, das weiß ich jetzt schon. Und Lars ist der einzige, der das Lied kennt im Raum. Das ist so offen. Das ist so offen. 75% der Menschen, die hier sind, kennen 75% der Lieder nicht. Das Lied ist ganz kurz. Alles klar! Das Lied ist ganz kurz. 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 Das Lied ist ganz�끈ig. Das ist ganz oben. Oh! Oh! Danke! Wehhhhhение! 생 defining... Ja, das ist ja unglaublich gut immer. Aber wann geht denn los? Ja, das ist ja unglaublich gut. 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 Ja. Ja, das ist ja unglaublich gut. Das ist ja unglaublich gut. Ja, 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 das ist ja unglaublich gut. Ja. 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 Ja.